Jetzt geht's los. Guten Tag. Ist ein bisschen blöd. Ah, jetzt hat das hier. In diesem Licht, weil da hinten in der Mitte das Licht. Er denkt jetzt da wäre das hier, aber so, dann gleicht er das wieder an. Ja, wir sind jetzt heute zu zweit hier bei Commando Kong. Ich habe mir einen Experten ins Studio geholt. Es ist der Kampfzwerg von ACE. Achso, nicht hier. Da, jetzt habe ich schon von falschen Knopf gerückt. So, wir gehen schon mal rüber an den guten Computer und machen der Spiel an. Das ist bestimmt auch cool, wenn das in Multiplayer zu spielen. Multiplayer. Hallo? Hallo? Habe ich das richtige Mikro an? Hallo? Sehr gut. Jetzt siehst du zum Beispiel auch hier, das kommt ein bisschen delayed. Ist verzögert. Und wir spielen jetzt Mission 4 und er spielt eventuell dann Mission 5. Weil er ist Experte in dem Spiel. Deswegen, äh... So, Kommando Kong. Wir sind etliche Male durchgespielt, das Ganze, ja. Mission laden. Geile Scheiße. Stimmt, wir haben ja die Befehle bekommen von dieser Elsa aus dem Flugzeug, weil unser General gerade in Action ist. So, jetzt geht's. Ach ja, die können einsteigen, ne? Jawohl! 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 Turm erbeutet. Sie müssen es unbedingt finden und zurückbringen. Es befindet sich in einer Transportkiste. Benutzen Sie Truppentransporter, um ihre Einheiten taktisch durch Notkräfte in Null zu manövrieren. Okay. Wir fangen nochmal von vorne an. Und laden unsere Johnnies erstmal ein. Das ist auch behindert, der. Einzel. Immer draufklicken. Und dann muss der aber auch immer erst warten, bis der Hand reingestiegen ist, bevor der Nächste einsteigen kann. Ja, das ist... Ja, dann kann ich hier abhemsen. Ja, genau. Haha, das geht ab, die geile Mucke ist schon wieder abgehen. Brecher auf. Ach, wie weit geht es eigentlich nach oben? In Ordnung. Oh, hier. Raketenberger. In Ordnung. Die Scroll-Geschwindigkeit ist schon wieder ein bisschen schnell. Brechstätig. 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 Da hast du echt das Problem gehabt, du konntest gar nicht scrollen. Wenn du nur mit der Maus so ganz leicht das Bild verlassen wolltest, warst du sofort an der anderen Seite, selbst wenn du die Scroll-Geschwindigkeit ganz runtergestillt hast. Ja, das ist richtig. Im Nachhinein hab ich dann ein bisschen im Proben gelesen und da hieß es dann... Brechstätig. 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 Tja. Ist ja IA. Verstätig. Ah, vielleicht nach links geht es nicht? Das ist schon mal gut. In Ordnung. Verstätig. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ah, überfahren, du Arschloch. Aber das ist jetzt... Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Rech auf. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ah, alle überfahren. So, das klingelt jetzt das Telefon. Ah. Hallo? Ja? Ja? Jawohl, Sir. Verstehe ich nicht. Jawohl, Sir. Ja, das klingt super. Alles klar. Einfach, einfach klingeln. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, das war meine Machenschaft. Jawohl, Peter. Nein, nicht einsteigen. Jawohl, Sir. Oh, der wäre fast explodiert. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Er kann auch aussteigen, weil der andere davor steht. Jawohl, Sir. 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 Teu sind die Woden hier fast Schrott? Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. hier geht es richtig auf im tonstudio leute und am pc später aber an der fälschen habe ich zum ersten mal gespielt doch das geht super und überfällt alle meine leute verstärkungen sind eingetragen einheit verloren einheit verloren einheit verloren schon ladung sprengmeister ja im raum raus und jetzt hier den werknopf Schmeiß, komm. Wir stehen in Ordnung. Jawohl, Sir. Scheiße, die kommen nicht rechtzeitig an. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Aber die müssen hinter dem Panzer bleiben, weil sonst überfährt er die wieder. Breche auf. Jawohl, Sir. Und jetzt hier, komm. Schmeiß. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, gestätigt. Jawohl, Sir. Scheiße, mit den dreien jetzt die Kiste einrollen. Das klappt. Wenn ich, dann machst du das gleich. So, eine Viertelstunde klingelt an der Tür, dann musst du sowieso, weil ich ja dann da an meine Machenschaft... Oh, hier, Alfred ist auch hier. Die Alfred Cam. Ah, Alfred. Ist auch am Start. Ja, da guckst du, ne? So, Kater. So, jetzt mache ich hier. Aber man kann was, was ich noch weiß, wenn die so stehen und man X drückt, dann laufen die auseinander. Boah. Ja, das ist dann, damit die nicht so gestackt sind, weißt du? Und Amy kommt auch gerade angelaufen. Hallo, Amy. So, jetzt kannst du wieder hier X drücken. Schon dabei. Das hast du nicht gewusst, was? Nee, nee, den krieg ich nicht. Mal sehen. Oh, so viele. Schmeiß die Bomben. Ja, das wird, glaube ich, nix mehr. Die kommen ja da immer wieder raus. Aber die können ja hier weiter rubschmeißen und er geht noch durch. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Geht klar, Sir. Schon dabei. Verstärkungen sind eingetroffen. Reche auf. Einsatzziel erreicht. Ach, ich muss da nur hinlaufen. Ist ja easy. Oh, jetzt. Ach, jetzt stellen sie hier die GDI als die Bösen da. Hm. Er war doch, glaube ich, auch einer von ihnen. Reck Burdett. Da kann man auch noch ein paar nette Reihen mit draus machen. Ach ja, hier, die Propaganda von Not, ihr Betrug. Ah, da kommt Cain, der alte Wichser. Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für zwei Minuten. Wackelcane. Ach so. Ja, der steht da hinten. Läuft die Kamera etwa noch? Effizienz 100 Prozent. Hast du das schon mal gesehen, Juma? Geil, natürlich. Führung 18 Prozent. Ja, ja. Die gegnerischen Verluste sind so unfassbar hoch. Ja, Pinky Boy. Pinky Boy. So, jetzt guck ich mir noch die nächste Missionsbebrechung an. Dann machen wir kurz Ende und dann kommt hier Kampfzwerg und zeigt euch mal, wie das richtig geht mit den geilen Tricks. Welche Mission willst du spielen? Gleich. Was gibt's denn zur Auswahl? Ja, mit. Deutschland, ne? Aber willst du hier oben, äh, 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 oder hier, äh, so? Ich glaube, von der Mission her sind die gleich. Die sind dann, glaub ich, nur einmal vom Status von, also Spiegelverkehr, oder so sind die, glaub ich, dann nur, ne? Geht's oben, oder unten? Mach oben. 80 Millionen. Krisengebiet Hannover. Oh, natürlich ist das ein Krisengebiet, das haben sie damals schon gewusst. Natürlich. Militärkräfte, Weltmacht, weiter mit Mausklick. So, ich hör mir das an und sag's dir dann und dann den nächsten Teil, äh, macht, oh, jetzt kommt hier unser Präsident. Das sind Lügen und Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. Die GDI tötet keine Kinder. Lüge und Fälschung. Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Information hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? So, ja, also die Presse, ne, die nagelt uns jetzt fest und sagt, wir sind böse, aber wir sind gar nicht böse, weil Kane, äh, ja, was hier, äh, äh, betrug. Jetzt versucht er irgendwo hin zu verbinden, der Computer, aber es klappt nirgends. Die GDI-Einnetzwerke ist gestört. Sieht aus wie ein DOS-System. Ja. Oh Gott, die werden alle sterben. Diese super Sequenz, na, hat man sich damals dann abgeschüttelt? Was, durch eine S-Kampagne? Der von not manipulierten Medien wurde diese... Ja, nur Beheilung. Sulu stoppte der zuständige UN-Ausschuss mit einer 93-Metre. Vorläufig alle finanziellen Zubringungen an die GDI bis zur Klärung der Vorwürfe. Okay. Also, die Allgemeiner glaubt den Betrügereien von Kane und wir kriegen erstmal kein Geld mehr, bis das geklärt ist. Ja, nu, weiter. Befehle beigefügt. Nordtruppen haben einen GDI-Stützpunkt im Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereitend... Wir sollen einen Stützpunkt finden, der von dort angegriffen wurde und ihn wieder, äh, aufpolieren. Da gab's, glaube ich, auch die eine war schwerer als die andere. So, dann müssen wir erstmal hier wieder sichern. Speichern das Ganze. Beenden den Einsatz. Machen auch das Spiel aus, weil das geht ja eh ganz schnell wieder an. Sagen Hallo, danke fürs Zugucken. Mission Teil Nummer 4 und jetzt kommt er mit Teil, äh, äh, Mission Nummer 5. Und zeigt euch richtig, wo hier das abgeht. Ok. ��